Herzlich Willkommen zu The Walking Dead in New Frontier mehr oder weniger Staffel 3 von The Walking Dead ich habe Staffel 1 und Staffel 2 und Michonne alle 3 gespielt die werde ich auch am Ende von dem Part hier verlinkt und jetzt werden wir natürlich auch wieder alle Episoden von diesem Spiel hier spielen ich habe mich überhaupt nicht informiert hierüber das heißt ich weiß überhaupt nicht ob es irgendwelche Spoiler gibt ob irgendwelche Sachen passieren werden ich gehe komplett blind hier rein ich hoffe ihr tut das auch und wir werden jetzt mal zusammen erleben was in der neuen Staffel hiervon kommen wird ich weiß mehrere Jahre lang waren hier auch sehr viele Leute gehypt und haben sehr viel Bock hier drauf gehabt und ich freue mich jetzt zusammen mit euch in die erste Staffel reinzuspringen das Einzige was ich weiß ist anscheinend kommt Clem wieder vor und ist jetzt halbwegs erwachsen neue Geschichte starten und meine Geschichte fortsetzen okay was passiert wenn ich das jetzt fortsetze muss ich das nachbilden oh okay wir müssen kurz hier ein paar Sachen entscheiden die wir in der ersten Staffel gemacht haben ich weiß nicht ob das smart ist für Leute die noch die ersten Staffel bei mir schauen wollen okay ich habe jetzt mal absichtlich die Sachen die ich entschieden habe nicht euch gezeigt weil da ein paar Spoiler dabei waren das heißt falls ihr Staffel 1 und 2 und Michonne sehen wollt könnt ihr es mal machen ich gehe mal davon aus dass hier trotzdem wahrscheinlich ein paar Sachen aufgegriffen werden die passiert sind in den Staffeln vorher aber trotzdem so viel wollte ich verhindern wie möglich ist also Folge 1 von Episode 1 verpflichtende Bande als Javier und seine Familie unvermittelt einer anderen Gruppe begegneten kommt es zu einem Missverständnis das schnell außer Kontrolle gerät das sind die Episoden die es alle gibt? Episode 2, Episode 3 die gibt es wahrscheinlich noch nicht ne? ja die gibt es noch nicht gut der sieht fucking aus wie Jesus das ist Jesus oder? das wäre ziemlich awesome wenn der vorkommen würde aber gut gut also eine neue Grenze Episode 1 verpflichtende Bande dann machen wir mal ich weiß nicht wer Javier ist aber ich glaube den spielen wir gerade noch sichtbar das mache ich einfach so ein paar Stunden alright ich hoffe für euch ist jetzt nicht zu dunkel aber für mich ist es meistens ein bisschen heller als für euch aber ich schätze mal das würde gehen wir schauen uns mal das Intro an ich bin gespannt das wissen wir wir haben schon mehrere Spiele von euch gespielt hey hey es ist Zeit komm hier ok ich werde ich werde mitbekommen jetzt Javi du musst hurry schau ich gebe dir nicht okay ich werde du warst nicht hier wenn der Vater krank war ok ich verstehe aber du musst hier sein wenn er geht ich weiß ok ich bin einfach nicht auf meinem Weg ich bin einfach nicht hier wenn ich bin ich bin einfach nicht auf dem Weg David es ist David hey hey David ich musste mich raus ich habe die Fahrer und die Fahrt mit dem Fahrrad er kamen für miles er ist tot er ist tot Oh, okay. We're there, all around him, people who love him, all around him, and he's scared. I'm seeing the panic in his eyes, and he's searching the room. Where is Javier? Where is my son? I'm there, right beside him, holding his hand, like a good son. And he doesn't even see me. He doesn't even see me because he's looking for you. You don't think there's a million places we'd rather be? You don't think we all had to make sacrifices? I'm sorry, okay? David, Jesus, I'm sorry, isn't bringing him back, you selfish fuck. Uncle Javi? Why are you fighting? I can hear you from inside. What's going on? We were just talking, Gabriel. Right. Your uncle and I are just having a little chat. Go inside, Miho, we'll be in a minute. Go on. It's okay. Inside. W regionally. Wow. So be quiet. Woah. Ok. I can still call someone, pick the body up. You know. Ich liebe dich, kleine Bruder. Du wirst das wissen, oder? Alles ist passiert. Was ist passiert? Ich weiß. Du denkst, dass ich dich glücklich war. Nein, ich denke nichts. Nun, ich war. Für lange Zeit. Du hast mehr verloren, als ich immer hätte. Aber vielleicht kann etwas Gutes aus all dies kommen. Weil wir dich hier brauchen. Es ist Zeit, um sich zu entwickeln. Du kannst nicht davon ausgehen. Nicht mehr. Es ist Zeit, um ein bisschen Verantwortung zu nehmen. Javi... Alles, was vor der Apokalypse spielt, wäre das sau-awesome. Weil da hätte ich echt Bock drauf. Danke. Let's go inside. Deine Mutter braucht dich. Was ist passiert? Ich bin ein Kind. Komm schon. Okay, ist ein ziemlich trauriger Anfang. Ich habe versucht. Ich habe versucht. Ich habe versucht. Ich habe versucht. Ich bin sehr entschuldigt. Ich bin sehr entschuldigt. Er ist weg, Mijo. Er ist weg. Er ist in einem besseren Platz, Mama. Ich bin sehr entschuldigt. Ich bin sehr entschuldigt. Der Herr Hector hat sich umgekehrt. Was haben die Pläne für das Haus? David hat sich mit deinem Vater gemacht, bevor er übernimmt. Das ist viel, viel zineastischer als die Teile vorhin. Das finde ich super gut. Das finde ich richtig, richtig gut. Die sind meine Arbeit. Genauso in dem Moment. Du fachst, Baby? Wollen wir ein bisschen Juiz? Grandpa's cup was empty You don't have to feel his cup up anymore, baby Grandpa is sleeping No, Yaya Vipo is awake Oh, not bad Okay, das ist super gut gemacht Not fucking bad Oh, müssen wir jetzt ernsthaft Oh, fuck my life Okay, das Intro ist 30 mal besser als die von den alten Teilen Mega Respekt an den Entwickler Die verbessern die Walking Dead Spiele sowas von heftig jedes Mal Rafa, como es esto posible Yeah, goodbye Papa, Papa, calmate, soy yo, David Estás en tu casa, calmate Él está loco, el atacó a Héctor Solamente está confundido Er ist gut Nein, mach die Hand weg, mach die Hand weg, mach die Hand weg Das passiert, wenn man mit dem Zombie rummacht Keine gute Idee gewesen Ist nicht da gewesen, als er gestorben ist und steckt im Schädel ein, wenn er gestorben ist Bestes Son ever Nein, das ist keine gute Idee Gabriel, wo ist deine Schwester? Keith Okay, wir wissen absolut noch gar nichts von der Apokalypse Absolut gar nichts Manche würden, die wissen, dass die ziemlich im Arsch ist jetzt, die Frau Sehr im Arsch Goodbye Wenn ihr sich jetzt im Auto vonnt, ist es nicht gut Geh nicht die Highway Er ist blockiert Yes, yes, yes Oh, leck mich Das ist nicht gut Ob er weiß, was es bedeutet Ich glaube, er hat so einen Gedanken Ich glaube, er kann sich denken, was es bedeutet Aber er weiß es nicht Aber die scheinen doch absolut nichts von Walkern gehört zu haben Und es würden die wissen, dass die Mutter komplett im Arsch ist Vielleicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie, oh, okay Das ist ein Sprung Ah, okay Wait, springen die jetzt in den Zeitpunkt um? Äh Okay Okay Ich bin jetzt nicht sicher, wie wir es machen mit den Zeiten Ich hätte es geiler gefunden, wenn es wirklich in der Zeit gespielt hätte, bevor alles anfängt Aber vielleicht springt es immer so ein bisschen hin und her Das kann ja sein, ich weiß es noch nicht Hätte ich immer ziemlich cool gefunden als Setting Sehr, 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 sehr cool Looks like the herd is speeding up a little I thought it was drifting southwest, but I'm not sure anymore Every time I think we should just bed down somewhere and wait for it to pass I can't shake the thought of us getting caught in the middle of it It just keeps coming It's slow, but that almost makes it worse Makes it feel like we're in control But you keep moving It worked for us so far As long as we stay supplied, we're fine Yeah, maybe you're right The van isn't so bad We'll figure it out We always do Hey, I'm going to sneak a smoke I can't believe you found weed Are you kidding? People were probably growing this before they realized they needed food Do you want me to do that? The last joint you rolled looked like a kazoo Kazoo You're driving and I've come a long way since then It was like three days ago Relax Marianna's got headphones on and Gabe is drooling I think we're in the clear You want some? Yeah, okay, sure We are setting an awesome example Don't judge me Oh, when I found out David had kids, I told him I am not changing who I am around them And when he proposed I reminded him that I'm not exactly stepmother material Oh, he was reassuring, but yeah, I could tell he was worried about it I knew he'd try to get me to change Or at least you'd hope that being around the kids more would change me, you know Oh, he's tot He's tot Do you miss him? Do you miss him? I think about that a lot Honestly, I'm not sure I used to talk shit about all those mothers who go on about raising their kids being the hardest thing in the world Hoffentlich ist er grad nicht wach I'm joking Jesus, obviously Gabe's been emotional lately I'm sure he's just, you know, going through a face Emotional? Oh, I'm afraid That's cute Look, I love these kids But I could do without Gabe reminding me I'm not his mother, whenever he's pissed He's a teenager Puberty Hormone Oh yeah The second you start getting boners The whole world starts to get dark That's true What are you talking about? It sounds delightful compared to dealing with bloody underwear Christ, I need to get laid I realize that was an awkward transition Sorry about that Come on, Kate You know, we can't do that Who said I meant with you? What's that smell? That's gross Fuck it We're smoking weed I already know you guys do drugs That's a pretty severe way of raising it, Mariana Don't tell Gabe He's the one who told me No Oh my God You're even smoking in the car now Alright Everyone roll the windows down before you all get contact high We're about to make a supply stop Super Awesome Elternpaar Great Okay, ich frage mich jetzt echt, ob es zwischen Zeiten und her switchen wird Aber ob es jetzt einfach permanent in der Zeit hier bleibt Ha Oder vielleicht ist es für jede Episode immer anders los, ich weiß ja nicht Oder ist es für Tarantino Walking Dead, es wechselt die ganze Zeit Okay, jetzt sehen sie erst das Ende Das ist ein Blutfleck vorne drin, das ist sehr groß Sehr groß Okay, warum ist er jetzt ausgestiegen und hier ein Loch weiter vorne What the fuck You want a moment alone, Mari? I'm praying I find a candy bar Alright What do we actually need? A candy bar Need, Mariana Not want Really need a candy bar Candy bar You heard the crowd Please, God, let there be candy bars Amen Alright Well Let's start with some gas And move up from there Ah komm, wir haben schon mehrere umgelegt, das wird kein Problem sein Muss ich es machen? Ich muss es machen Ah, sehr gut Die haben das System aus mich schon übernommen Im Gegensatz zu dem Ziel auf die Gegner drauf aus dem ersten, zweiten Teil Mag ich wesentlich mehr so Zieht dann immer nicht so aus den Cutscenes raus, wenn man nur eins in Tassen drücken muss Als wenn man wirklich zielen muss Hey, wo gehst du? Ich muss nicht jetzt schon wieder mit ihm los Okay, das ist cool Habt Spaß Ich mag ihn nicht Es wird niemals mit ihm endet Ich liebe es, wenn sie so kämpfen Ich liebe es wirklich Es ist wie Alles, was Gabe will machen, ist zu diskutieren Es ist egal, was es geht Das macht uns zwei von uns Aber wir sind nicht mit ihnen, also Zumindest du hast deine Kopfhörer Ja, aber Die Batterien sind seit ein paar Wochen tot Das ist raffiniert Okay, sobald ich die erste Chance bekomme, wird Gabe sterben, tut mir leid Ich frag den nicht Das ist smart Das ist ziemlich smart Es wäre schön, dass sie ein Essen finden In einem Schrank Vier Jahre Es ist Vier F***ing Jahre her Ja? Lock dich dich in und nicht raus Nicht sogar, wenn es kalt ist Du wirst so lange, wie du kannst Okay Okay All right Good girl Anscheinend sind alle gestorben Holy crap Okay Oh, müssen wir tatsächlich laufen Dann müssen wir nicht Absaugen Achso Ich dachte, what the f*** willst du von mir Vier Jahre Ich sag schon, was das ist Dafür, dass die vielleicht elf Ich denke, dass das ein bisschen wichtig sein könnte Vielleicht Das ist eine gute Idee, Mariana Ist hier ziemlich deep Ich meine, Tumblr ist seit vier Jahren nicht mehr aktiv Sollte ein bisschen drüber nachdenken, ob du immer noch so ein Tumblr sein willst Oder kannst es niemandem mitteilen Aber okay Sie ist also so Sehr, sehr deep Interessant Okay, ich schau mich hier immer ein bisschen um Weil manchmal gibt es auch versteckte Sachen in den Ecken Aber es scheint nicht so zu sein Wir können aber hier Das Ding ansehen Okay, ich soll vielleicht manuelle hinlaufen und dann machen Dann bin ich glaube ich schneller So All right Müllöl Kein Geist zu uns Gut, dann nehmen wir das wahrscheinlich nicht mit Können wir reingehen Most of the dashboard is torn out Seize are gone This thing is dead All right Okay Now I'm sorry I did that Warum hab ich das getan? Oh, that's gross Great Warum ist das Warum ist das Egal Wollt man einfach machen Was ist das Ding, was die machen mussten Wir haben es getan Erledigt Ich kann nicht stoppen, über diese Hörde Achso, ja Wir kommen in den Karten Und das ist es Peace, verdammt Nein, die müssen nicht unbedingt in unsere Richtung fahren Sagst du was? Hey, nicht mehr über das Wir sind vorsichtig, wir sind smart Wir bleiben vor ihnen Ist mal ein guter Gedanke, der ziemlich selten in Zombie-Apokalypsen erwähnt wird Es sind fünf Minuten Ich bin gut Wird es im Endeffekt darauf hinauslaufen, dass die Leute ihre eigenen Sachen anpflanzen, ihr eigenes Essen besorgen Aber trotzdem, ich meine, im Prinzip gibt es irgendwann das letzte Benzin Das kann viel Gas geben Es könnte wirklich hilfreich sein, wenn wir für einen Moment bleiben Wenn da überhaupt was drin ist Wenn da überhaupt was drin ist Absaugen, können wir es machen Und deswegen nehmen sie jetzt Benzin von da mit Genau Geht das? Schein zu gehen Hallo Ah, unten Okay, die Waffe ist awesome Ich weiß, warum du die hast Der Arm ist awesome Ich weiß nicht, warum er den nicht mehr hat Kann ich jetzt absaugen? Ja, wahrscheinlich geht es jetzt Es kommt jedes Mal ein, wenn wir irgendwas absaugen wollen Jedes Mal Ist ja super Es sind irgendwann ein Haufen von 30 Zombies nebeneinander Wahrscheinlich nicht so viel oder noch ein bisschen was Ach, nicht viel Aber jeder hilft Zehn Minuten fahren vielleicht Mal überhin Komm, zock ab Hinten laufen Okay, wenn wir uns davon machen, muss ich mal zuerst Nee, muss ich nicht Ich kann direkt aussaugen Komm zu Papa Komm zu Papa Guck mal, unser Hormon-Banger da oben Gammelt ein bisschen Hat kein Bock zu helfen Ist nicht so sein Ding Bin ich schon dabei, Buddy Kann ich mich das Auto noch anschauen Jetzt oder ist das Nee, wir können auch mit ihm reden Mal sehen, was soll er uns sagen Bestimmt sehr diepe Sachen Du bist nicht mein Vater Ich bin in einem schlechten Mood, okay Ich wollte es weggehen, aber Du nicht Ich wünsche mir, wir waren immer auf der Straße Ich liebe es, mit anderen Leuten zu sein Es ist einfach Wir sind in diesem Auto Wir sind so verdammt lang Der A.C. hat nicht in Jahren gearbeitet Und dann Es war mein letzte verdammte Tag Aber wir haben uns immer noch Das ist besser als nichts, oder? Ich weiß nicht Vielleicht einfach Ich lasse mich allein Okay Aber wenn du später sprechen willst, Ich bin Around Okay Er ist weird Aber gut Ich habe das unruhige Gefühl Irgendwann müssen wir uns Entscheiden Ob die Schwester oder er überlebt Da habe ich kein gutes Gefühl bei Irgendwas neuerlich wird passieren Walking Dead kriegt mich immer sehr gut hin Dass alle Charaktere, die da sind Einem sehr sympathisch sind Und man alle überleben lassen will Alright Ich habe ein bisschen mehr Mein Ziel gefunden Das ist gut Gut, mit dem kann ich nicht mehr reden Ah, hier Ansehen Machen wir das mal Ich glaube nicht, dass diese Fahrzeuge der Van fitten Das hier hinten Kann ich hochklettern Vielleicht gibt es da oben dann irgendwas Kann ich auch schneller laufen So ein bisschen Ich bin generell aber ziemlich langsam Ich gehe nochmal hingucken Zu riskierend, zu suchen Da sieht es nicht stabil Sehr wahr Bitte, nicht Es sieht aus, dass es mehr zu sehen ist Dann guck mal, was es da gibt Nicht sicher Aber okay Klammern wir hoch So Ich bin nicht genug Gabe? Hey, Gabe Lass uns da mal schauen Schau mal, da oben da oben Gabe, stehe nahe zu Javi Schaut es? Oh, gut. Schau! Da ist eine, die sie nie in Stückchen schocken. Schau. Der einzige Wagen im Umkreis von 10 Metern, der einfach da direkt vor uns steht. Ey, ich hab was gefunden, guck mal da vorne. Okay. Ich will jetzt mal gucken, ob da hinten irgendwas ist. Ich will was anderes machen. Shit, lockt. Es ist immer noch Gas in der Tank, aber. Shit, es ist lockt. Abgeschlossen? Okay, hier geht nichts. Oh, jetzt noch unten. Okay, got it. Fuck yeah. Und? Saugen, 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 saugen. Don. Ist tatsächlich ziemlich viel, aber die Musik ist unangenehm gruselig. Hier, was soll ich jetzt machen? Ich will mich umschauen. Hoffen, dass sie mir nicht getötet werden. Hoffen, dass nicht genau das passieren wird. Alright, let's go. Ich muss ehrlich sagen, so viel Angst, wie vor jedem Walker haben, kommt es mir vor, als ob wir noch nicht so viele getötet hätten. Sieht so, wie es von da kommt. Dave, bleib dran. Warum? Warum tust du das? Was, was hoffst du denn drin zu finden? Mehr, mehr fucking Walker? Alright. Das sieht schon besser aus. Darin könnte theoretisch wirklich was sein. Hast du denn ein Auto hier? Man hat sich ein langer Zeit vorgelegt. Wahrscheinlich ja. Könnt ihr trotzdem noch nachschauen. Aber wir können ja hier dann nachschauen. Ist immer so das Problem, ich meine, wenn wir schon vier Jahre rum sind, ähm, im Vergleich, in der Serie Walking Dead, ist zum aktuellen Zeitpunkt, ich spoil nix, aber zum aktuellen Zeitpunkt, und soweit ich weiß, circa ein, ein Jahr, eineinhalb Jahre vergangen. Und da wird schon sehr eng, die Sachen zu finden. Das hier ist vier Jahre her. Das ist sehr heftig. Öffnen. Kann ich öffnen? Das war klar. War sehr klar. Aufhebeln, geht das? Gut, dann musst du wahrscheinlich woanders rein. Oder guckst drauf. Das sieht ziemlich runter. Okay. Dann machen wir was anderes anscheinend, wo wir da nicht rein können. Vielleicht über das Dach. Wie oben hochklätern? Nein. Über, hier drüber vielleicht? Wie einfach da hochklettern? Nein, das geht nicht. Ui, kann ich überhaupt irgendwas? Ah, hier. Alright. Durch und dann von unten rein. Ja, durch die Headstelle. Achso. Okay. Ja, okay. So meint er das auch mit dem durch. Ich dachte, er meint es so, dass wir ins Gebäude rein müssen und dann im Gebäude aus durch diese, durch die Tür nach unten woanders hingehen können. Aber nein, er meint schon, dass wir wirklich hier rein können. Gut, ich bin doof. Sorry, my bad. Okay. Mal sehen, was es hier für schöne Sachen gibt. Da gibt's ja Candybars. Candybars. Gabe, komm, check this out. Not that cleanest place. Oh, no more dos at least. No more dos at least. She should be careful. Hier ist niemand drin, das ist ein Raum. Was sollte überhaupt passieren? Egal. Könnte hier irgendwas untersuchen. Nope, nope, nope. Nope. Ich kann mit ihm reden, anscheinend. Wow. This place is decked out. Was ist da denn? Oh, Look at this place. Nimm mal einfach alles mit. Nimm alles mit, please. wir werden hundertprozentig von irgendwie überrascht hier. Hundertprozentig. Oh, looks pretty comfortable. Well, you know, 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 this is actual honest to God, pudding. Seriously? And it's not just food. There's a mattress, there's blankets. Someone else's mattress. Someone else's blankets. We need to just take our gas and get on the road. Nicht hierbleiben, auf jeden Fall. This place does have a funny feeling about it. And if we're at those, what somehow surround us. Great. Now I'm officially creeped out. Okay, die heißen nicht Walker, sondern we're at those, bei denen's auch interessant. Eat a real meal. It would be nice, not to sleep in the van for a change. Please. The hurt is coming, if it's not here already. We should go and get ahead of it, before it's too late. The fence is reinforced. We'll be fine. We found this. Why can't we just enjoy it? Pavi, can we... Can we... The kids are right. We deserve a little break from the van. Yes! Kids, go wild. Just stay indoors and keep your ears open. Just in case. Cool. You can have your own. I don't know how I always end up being the mean stepmom, and you get to be the cool uncle. We should be able to switch roles now and then. Ugh. Keep the kids off balance. Oh, come on. That's not fair. You're cool to me. Wow. That means so much. Really. Grab some gas. We're out of here in a few hours. Hey, uh, wait, but you... You're the cool one, remember? She'd expect it from you. Oh. Oh, das ist so traurig. Aber sie soll es ihr geben. Das ist so traurig. Das war so klar. Das war so klar. I fucking told you. Was habt ihr erwartet da? Kein Stress anfangen, bitte. Hm. Look, don't worry about them. They took off and then they're not coming back. Just up and left you, huh? Fan out and look for the others. Lonnie, you're with me. Hey, you asshole's in there. I got your boy. You don't want to get shot. You're best coming out there and careful with your hands up. Go on. You first. You get ambushed by your own people. That shit's gonna make my day. Open it real slowly. All right. Das wird sehr schön. Ist natürlich fucking zu. Ah, nee. Wir haben es von innen geöffnet, ne? Glaube ich. Oh, das ist gut. Zum Glück haben wir aber auch gesagt, dass niemand hier ist. Vielleicht werden die jetzt angegriffen von unseren Leuten. Das wäre gut. Sehr gut. Looks like you and your friends had a real face time. You can't just take what you like. I don't roll over like that. Füt sich. Guck nicht die ganze Zeit da fucking nochmal hin, shit. Okay, die scheinen in Ordnung zu sein, okay, die scheinen echt in Ordnung zu sein, aber haben scheinen wirklich schlechte Erfahrungen mit anderen Leuten gemacht. Das war so klasse, was passiert, okay. Oh, ich hab echt versucht, irgendwie keinen Streit mit dem anzufangen, es irgendwie cool zu lösen, aber nein, natürlich passiert sowas nicht auf. Was hat das fuck gemacht? Was hat das gemacht? Oh. Wow. Wie oft wir aufs Maul bekommen, wir haben in den ersten fünf Minuten des Spiels geführt. Nicht schlecht, wir haben sehr aufs Maul bekommen, sehr oft sehr hart und wir haben anderen aufs Maul gegeben, ist auch nicht schlecht. Okay, jetzt sind wir getrennt von denen anscheinend. Ich frag mich grad, ob man's irgendwie hätte anders lösen können, aber ich glaub nicht. Ich glaub, wir werden immer gefangen geworden von denen. Oh. Hey, mein Familie, woher sie sind? What hast du gemacht mit meinem Familie? Oh. Oh. Please, man! Hey, wir haben uns beide eine Packung, und schau dich, dass du vassest bist. Ich würde mich nicht anfangen, wenn ich dich nicht immer vergauen würde. Du bist so, wir machen Dinge ein bisschen wie du vorst. Ich versuchte dich gerade auf deinem Bezuss nach deinem Augen, was du hast damals gemacht. Wenn wir anfangen, ich werde mich angreie. Was hat das aber nicht gemacht? Das war ein netter Zufall. Erstens, der Wagen ist fucking awesome. Zweitens, die Story wurde sehr komisch. Hau einfach ab. Und drittens, was ist mit dem, äh, wie heißt der, Leon oder sowas, was mit dem passiert? Hey! Kannst vielleicht nicht schießen, bitte. Nein, nicht erschießen, ich lass ihn gehen. Obwohl, der könnte irgendwas Schlimmes machen. Nein, ich lass ihn gehen. Ich mein, sehr wahrscheinlich wird er halt in seinen Leuten sagen, dass wir hier sind, das wird... Deswegen wird es ein guter Gewissen, wenn wir nicht erschossen haben. Ja. Alles klar. Das ist gut. Gut, einfach weiter schauen. Schau, ich bin kein Gefahr zu dir. Okay? Ich überreste. Ja. Das ist klar. Versehen, wie du diesen Mann nicht schießt hast. Jetzt mach nichts dumm. Denn ich bin nicht so nett wie du. Ich wirst nicht behalten. Du bist ein Kind. Du bist ein Kind... Naja, nicht wirklich... Ich hab viel fucking Shit erlebt... Wenn du wüsstest, wer das ist. Wieso, wirst du das tun? Mit dem Baum? Oh, schau. Oof. Was für die Truck braucht? Für fahren. Putz dich auf und schluchst deine Augen. Schau, ich bin die Verwirkung hier. Wir sind alle Verwirkungen. Oh, also ist es okay für dich zu schrauben? Das ist eine Verwirkung, um dich zu schrauben. Hey, das ist für meine Nieße. Sie liebt Schokolade mehr als alles. Ich versuchte es ihr. Bitte. Schau deine Augen ab und schau zu 100 bevor du gehst. Warte, nur meine Familie. Ich muss sie zurück zu gehen. Wir wurden attackiert und ich... Ich muss nur wissen, wo ich bin. Wir fahren über die 522, und das ist, als wir den Junkyard gefunden haben. Sie sind noch da. Ich muss sie zurück zu gehen. Ich weiß nicht, wo das ist. Du sagst, du fährst? In unserer Van, ja. Ich ziehe dich zum Junkyard, wenn du mich deinen Van haben lässt. Ich bekomme dich dort in einem Stück. Dann fahre ich weg. Ja, absolut. Du hast ein Problem. Okay, lass uns gehen. Irgendwas wird passieren, warum Clem bei uns bleiben muss. Warum Clem bei uns bleiben muss. Ich weiß nicht, ich vertraue dich nicht. Und ich nehme keine Chance. Also es ist sicherer für uns beide, wenn du gefeiert bist. Okay. Schau, ich verstehe das. Du wirst bemerken. Ich bin froh, dass wir uns zusammen verstehen. Der Name ist Javier, übrigens. Die Leute... nennen mich Javi. Clementine. Ja, das... Das ist... Ist ein Anfang. Ich danke mich noch. Ich meine, ein Problem ist dann auch... Würden die so lange da warten? Auf uns? Kommt drauf an, wie lang wir jetzt schon weg sind. Wenn es länger als ein paar Stunden ist, würden sie vielleicht abhauen. Ich würde dann stark von ausgehen, dass wir es nicht überlebt hätten. Ich hab jetzt sagen, bitte erschließt die nicht. Wenn Leute einfach Zombies random erschließen, denk ich mir immer, fucking Munition. Don't do that. Schau, du willst nicht sprechen? Okay. Aber wie sollst du mir die Schläge zurückgeben, damit ich mich zumindest zu retten kann? Für alles, was ich weiß, wirst du aufhören und es auf mich benutzen. Ja. Schau, ich werde dich nicht schießen. Nein. Ich habe noch einen Mann, der mich aufhören hat. Aber ich weiß, dass du darüber nachdenkst. Huertos. Was nimmst du sie? Walkers. Was nimmst du diejenigen, die laufen? Sie sind alle fucking Walkers, okay? Schau, ich bin nur... Ich bin nicht verwendet, mit anderen Leuten zu sein. Nicht für einen Zeitpunkt. Normalerweise ist es nur ich, auf mein eigenes. Entschuldigung. Ich habe nicht entschuldigt. Ich finde übrigens die deutsche Besetzung Streuner ziemlich mies. Who's got this junkyard? My brother's kids. My brother's kids. And his wife. It's impressive. Surviving this long. Not sure how you did it. Just keeping everyone together like that. I didn't do it alone. My uh... Kate helped. She did... most of the work actually. Sounds nice? Having a partner? It is. How about you? You must have been pretty young when this shit started. I was. But some people looked out for me too. What happened to them? The same thing that happens to everyone. Shit. I can't stay here. There is a town ahead. We can stay there until the herd passes. Otherwise we're Walker food. Can you do that? Please? We can't make a detour. I need to get to my family. And I need that van. But right now, you have to trust me. Oh. You mean the way you trust me? Don't make me regret this. Come on! There! Get to the gate! Keep going! Why did you shoot? Why did you shoot, buddy? Why did you shoot, buddy? Why did you shoot? Why did you shoot? Open up! I can't open the gate until you clear them out. Can't risk it. Alright. Then, machen wir mal. Have a bit of 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 a bit. Das war's? Das war easy. Fuck! These bullets won't fire! Here we go. Schon besser. Oh! Clementine is the king. Get your ass inside! Come on, now! Okay, die haben ein Pferd. Die haben ein fucking Pferd. Das cool. God damn it, Francine. One of these days, those doors are gonna close and your ass will be on the other side. Yeah. And when that day comes, Trip, I promise, I'll eat you first. It's Clementine, right? You staying a while this time? No. Once the walkers pass, I'm taking this guy to a junkyard off the highway. My family might be trapped there. Hiding from some very bad dudes. Well, shit. I'm truly sorry to hear that. This herd rolled in pretty quick. We're hoping it's gone just as fast. So, just keep your heads down and steer clear of trouble. You got me? There's too much going on outside the walls tonight. We'll be cool. Just need a place to ride out the herd, that's all. Alright. I'm gonna hold you to that. And I wouldn't recommend changing your mind. If you hang on to all your teeth that is. Now head on in. I got shit to do. Well, welcome to Prescott. What? Wie viele Leute leben hier? Mehr als die beiden? Ist das eine richtige Stadt? Ist ja cool, wenn ich... Oh. Okay. Built from an olden Airstrip, I guess. The people on the other hand... They're not my favorite. Okay, sieht fucking cool aus hier. Hm. Ohne zu viel zu sagen, sie hat sehr schlechte Erfahrungen mit Gemeinschaften gemacht. Deswegen kann ich's verstehen. Meine Familie. Sie sind noch da draußen. Wenn ihr euch das so lange gemacht habt, ich bin sicher, dass sie wissen, was zu tun werden. Hopefully. Let's go. This way. Ich muss einen Mann über ein paar Bullets sehen. Hm. Alright, wird nun fucking stattgefunden. Ich mein, sie auch vier Jahre nach dem Ausbruch ist klar, dass ich dann vielleicht wieder... anfangen zu zersieren. Ich hab' in einem Ort so wie das, seit... Well... Du weißt... Es ist so wie die alten Tage. Hör, ich muss mich auf etwas bemerken. Hör auf. Oh, warte, warte. Was soll ich machen? Ich weiß nicht. Warum hast du... ein paar Freunde gemacht? Alright. Es scheint echt viele Leute zu leben anscheinend. Also paar hundert oder sowas. Ich glaube, dass jemand in der Mitte eines Spiels ist. Ich frage mich, ob die Waffe geladen ist. Und er so, wow, chill. Kann sein. Sag ich dir nicht. Entschuldigung. Ah, du wieder. Du wieder? Achso, ja. Du hast einige Geräte. Ich gebe dir das. Hör auf einen Moment. Ich weiß nicht, dass ich dich von irgendwoher weiß? Ich weiß nicht. Vielleicht. García. Javier García. Was ist das? Ich glaube, dass du auf die Gämblinge getötet hast. Oh, warte, was? Oh, warte, was? Und das hat eine Gämblinge getötet? Du willst ein Autogramm oder was? Hm. Wenn ich einen Baseball hatte, würde ich dich auf die Gämblinge nehmen. Aber ich bin neu. Und wenn ich einen Baseball spiele und wohne dann die Band. Great. Äh, ist sogar eine ziemlich coole Karte. Also, why not? Er bluffet. Er hat eine Scheiße geschrieben. Hahaha. Ist das ein Fakt? Okay. Ich denke, ich werde den Mann hören. Kahl. Moment der Wahrheit. Flipp ihn. Oh mein. Ist das eine schöne Sicht? Oh, hell ja. Great. Wunderspunkte. Die sind toll. Beide von dir. Danke für die Wunschung, hon. Wie ist das über einen Drink? Auf meiner Tab. Oh. Oh. Ich weiß nicht, womit die bezahlen, aber anscheinend mit irgendwas. Wow. Das riecht wie Turpentine. Hahaha. Das ist die schwere Sache. Das war so krass, wie es sich Stress anbringt. Das war so krass, wie ich dich schon gesagt habe, dass ein Deal ist ein Deal. Und es ist fertig. Was ist passiert? Das war so krass. Das war so krass. Das war so krass. Ich habe ihn eine Kratze von bäterien und mir eine Karte herstattelung gestellt. Und er hat mir eine Karte von Kürten, die nicht eine Feuerzüge sein. Er könnte uns beide verhälteren. Oh ja. Und wer bist du denn? Ein Mann aufgericht oder was? Oh, shit. Schau! Hey, hör'n. Es ist alles kühlt, hm? Du warst verrückt, ich war auch. Wir haben einfach... ein bisschen aus der Hand. Das ist alles. Jesus! Du musst sie unter Kontrolle, Mann. Das ist kein Weg zu tun. Ah, komm, fuck you. There you go. Wir hatten ein Problem. Okay, okay, okay. So, hey, we'll trade back. I'll find some batteries. I don't need batteries. What I need are bullets that won't get me killed. Woah. Oh, no. Oh, no. Drop the gun. What? Say he attacked you and that he was going for his gun. I fucking warned you. Eli attacked him. I only shot because... Shut it. You done enough talking. Drop it. What the fuck? There's a hurt out there. You're firing off a fucking... What the fuck happened here? He attacked Hawk, okay? It was self defense. Enough from you. Does she really have to shoot? Look at my eye, man. Of course she's told the truth. The guy ripped her off, reached for his gun and would have shot me if she hadn't stopped him. See? You happy now? God damn it. I'm putting you two under lock and key until I figure out what to do with him. Oh, hey, what? Are you for real? As real as it gets. Now move it. You got some nerve coming in and fucking up my bar. I had to punch your fucking mind out. Both of you. But Eli Wall was a grade A certified dipshit. I'll even have someone come take a look at that cut. Hey. Hey. Thanks for having my back at the hangar. That was, um, that was cool of you. I wasn't sure there for a minute. Okay, let's go. Of course. Anytime. I mean, you and I are team now. Thanks. I mean it. I don't think this makes us friends or anything. Hello? Oh, hi. And I'm treating you in a cage. Like you're some feral animal. Yeah. I mean, why not? It's actually, I'm understanding that you're right here. Is it now? Now. Let's see about that wound. Yeah. He got you good. Try to hold still. This is we. Wahrscheinlich. Why is it always the pretty ones who end up causing the most trouble? Ooh. As if good looks equal bad behavior or something. I've never understood it. Yeah. Well, it takes one to know one. One what? One pretty troublemaker. I'll give you that one. People are saying she killed a man in cold blood. If you don't mind me asking. What did happen exactly? That they were arguing and that she went crazy over nothing? That guy had a comment. Believe me. Karma. Justice. You call it whatever you want. Fuck that bastard. Hey. Okay. If you say so. Best thing is probably for you to leave town. And get back to your group. We were attacked earlier this evening. There were four of us. Oh shit. I'm sorry. If there's... If there's anything I can do to help. Well, not that I have much to offer you, but... I know I think you're too long, we didn't get me. I would... I wouldn't want to make any trouble for you. I wouldn't want to make any trouble for you. This whole thing has been... pretty messy. I hear you, but... Eleanor? You done yet? Just about. All right. Here's what we're gonna do. Here's what we're gonna do. I'm driving you that junkyard of myself. Get you out of my hair. And no one can say I didn't do right by no one. In the meantime, you two can sleep right here and think about what shithead you were earlier. On my terms and on my timeline. You got me? All right. Fair enough. Fair enough? Go kiss a skunk's ass. I should be earning a goddamn boy scout badge for this. Trent, it doesn't seem right to wait. Javi's people, they can need a medic. No, no way. I'm not putting you in that kind of danger again. That's not your call. Look. Maybe there's another way. We've got a new kit to the other end of the airfield. We don't use it much, but... Well... We could leave tonight. That's the last thing I heard. Get to jumpstart and reach that junkyard? Something tells me Trip won't be too happy about you sneaking us out the back door. He'll get pissy. But... He'll get over it. Sometimes with him you gotta ask for forgiveness rather than permission. Anyway... Think about it. I've got to check on some patients, but... I'll be back in an hour. Is it an argument? Okay. I never would have guessed she had it in her. Yeah. She's... She's something. Thing is... And maybe this sounds weird... But I still trust Trip more than I trust her. You're right. Trip's got more muscle. Just in case. We'll wait and get a ride with him. Glad you're finally listening to reason. You know... When I met you... I thought you'd just be another asshole like everyone else. And to think that when we first met you nearly blew my head off. Haha. Yeah. I guess I made the right call. So long is it's just not here. For one or two hours maybe. It's gonna be a while before that herd passes. We might as well get some sleep. Good idea. I'm exhausted. I'll get the lamp. That's good. Getting into first gear is the hardest part. Now just stay on the road. Most important rule there is. Yes. 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 Das will dich lieben. Das will dich lieben. Not bad at all. Especially for a first time. You just gotta ease up off the clutch a little smoother. Alright? You don't have to make the switch all at once. I want to do it again. You will. And next time, just be gentle. And once we get down to Florida, we'll ditch the wheels and I'll make a sailor out of you. Mark my words. You too, buddy. I just can't get him to talk. It's unusual for his age. Well, the heater's broken. He's cold. Only makes sense to head for Florida sooner than later. Leave all this snow behind, right? He likes the summer every day. And I'll never find me some shorts. Yeah. No kidding. It's freezing outside. The sooner the better, for sure. It's better no more winter's ever again, Clem. No more Winter's ever again, Clem. No more winter's ever again, Clem. I'll teach AJ the fish. How to swim. We'll watch the sunrise every morning. All three of us. Ich habe das Gefühl, es wird nix. War es besser? Wenn wir in Florida kommen, dann bist du ein besserer Fahrer als ich. Ich fahr gern, Clam. Hey, ich freue mich wirklich, dass du mir beibringst. Das Traurige ist, wir wissen ja nicht, was mit Kenny passiert ist. Wo ist dein Blankett, Goofball? Ich versuche, dieser Kind wird niemals einen Pippen machen. Wer weiß, wie lange er ohne Blankett ist. Der Blankett war Gavin ein Meter pro Minute an seiner Zeit. Es war nicht vollständig, aber etwas. Was? Mit dir? Okay. Wow. Okay. Realistisch gesehen wäre das Baby jetzt tot. Sowas von fucking tot. Mehr als tot, tot. Das wäre einmal komplett durchgeflogen. Ich glaube kaum, dass... dass er angeschnallt war. AJ? Oh doch, er war anscheinend angeschnallt. Oh fuck, das ist nicht gut. Oh Gott, ihm geht's nicht gut. Du bist alive, danke Gott. Ist AJ okay? Scheiße. Hilf mir ab. Oh fuck. Ich fühle mich nichts. Oh, das ist gut. Oh, ich fühle mich nicht. Ich fühle mich nicht. Ich fühle mich nicht. Ich fühle mich. Gott sei Dank. Oh shit. Gib mir einen Moment. Du fiel durch eine Windschule. Ich versuche wieder. Ich versuche wieder. Ist das alles gelähmt? Fuck. Das ist nicht gut. Habt ihr irgendwelche Waffen dabei? Wahrscheinlich nicht, oder? Oh fuck. Oh no 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 no. Okay, jetzt wüsst ihr, was mit Kenny passiert ist. Ist das nicht gut? Oh fuck my life. Oh Gott. Okay, das erklärt einiges. Das ist nicht gut. Das ist ziemlich übel. Dafür, wie unglaublich lange Kenny wichtig war. In den ersten beiden Staffeln, jetzt einfach random stirbt, ist... Hey, Clem. Ist das heftig? Okay. Hey, Clem. Ja, wir sind nahe. Ich muss sagen, ich hoffe, dass deine Leute sicher und kundig sind. Eleanor fragte mich, bevor wir gehen, um zu erinnern, zu erinnern, ob es sich sicher ist. Oh ja? Ja, Sir. Das ist das, was ich mache. Aber warum sie für dich ging, habe ich keine Ahnung. Das stimmt, aber ich glaube kaum, dass unsere Leute jetzt noch da sind. Ich glaube kaum, dass sie noch da sind. Oh, Scheiße. Was ein Müll. Die sind auf keinen Fall mehr da. Die sind irgendwo bei den Leuten, sage ich euch. Und die müssen jetzt wieder zurückholen. Jesus. Es muss ja hunderten von ihnen sein. Kate ist gut in der Krise. Sie wüsste, wie sie zur Hilfe bekommen. Was ist das? Das ist nicht unsere Waffe. Was haben wir da eben gerade gesehen? Schokoriegel? Kassettenspieler. Alright, nimm die Waffe. Ist es nicht unsere Waffe gewesen die ganze Zeit? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, es ist unsere Waffe gewesen. Cool, dass sie hier noch rumliegt. Jetzt nehmen wir uns die Kassetten. Ja, von Mariana. Great. Mariana? Mariana, bist du hier? Oh Gott. What? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Du hast mir gesagt, wo zu schlafen. Ich habe nur gehört, was du gesagt hast. Blocke dich in und nicht raus. Nicht einmal, wenn es kass ist. Ich durfte durch meine Hände, wie in einem Lumpen. Ich weiß nicht, wie lange ich da war. Dann habe ich deine Waffe gehört. Ich dachte, ich war zuerst halluciniert. Wahrscheinlich sehr lange. Sie hörten dich. Sind du okay? Ich habe mich geholfen, bevor sie mich zu kommen. Ich bin okay. Wirklich. Kate. Und dein Bruder. Wo sind sie? Wir wurden abgeholt, als dieser große Bunche Muertos kam. Kate jahrelte, dass sie versuchen, sie zurück in die Bahn zu bringen. Dann geht es, wo wir gehen. Lass uns deinen Bruder finden, liebte. Ich mag Trip extrem sehr und deswegen bin ich mir sicher, er wird sterben, weil er einfach super sympathisch ist und ist nicht gut. Nein, keine Szenen von ihnen. Sie haben es so gesehen, dann gehen sie zu einem anderen Ort, um zu schlafen. Wenn sie noch leben. Das wird nicht Kate sein, oder? Doch, what? Sie sind da drin. Ariyama, bleib zurück. Alright, wir haben einen Trip dabei. Wir sind eigentlich ziemlich safe, schätze ich. Niemand macht irgendwas, alle gucken uns zu. Das sind fucking zehn von denen, oder so. Ihr kriegt die ohne Probleme, come on. Dankeschön. Nummer zwei. Vielleicht können die anderen nochmal helfen. Ich hoffe, wir sind so ganz langsam hinterher und machen nix. Ah, okay, jetzt geht's. Wir sind echt nicht so viele gerade. Ich habe echt das Gefühl, dass die Leute hier, aus Abgesehen von Clem, nicht die Mega-Erfahrung im Killen haben. Nice. Okay, so geht's auch. Freu dich vielleicht ein bisschen? Du hast uns gefunden. Hey, hey. Oh, sie ist verletzt. Anscheinend. Oh. Oh, 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 oh. Oh, wow. Wow. What? Anscheinend sie bleiben doch anscheinend. What? Okay. Oh, ich finde es krass, man die jetzt küssen konnte. Ich finde, why the fuck not? Okay, aber... Ich bin hier. Die Hörer kam auf und Mariana wurde weg und wir waren wundern und wundern und dann... Ich war einfach so schade. Ich bin jetzt hier. Du musst nicht schaust werden. Hey, du hast dich selbst. Lass ihn in den Auto schrauben. Ich habe es nicht mehr gesehen. Hey, es ist kein Biss, oder? Es ist nicht viel, was wir hier tun können. Ich habe eine Frau Freundin, die ein Doktor ist. Alsbald wir nach Prescott zurückkommen, wird sie dich sofort aufhören. Ich bin Tripp, bei der Wege. Freude, dass du deine Freundin gemacht hast. Wir sollten zurückkommen. Ich will nicht aufhören. Das ist wahr. Wer ist das Kind mit der Schraube? Sie hat einen Namen, den du mit uns bezeichnen willst? Sie... ...sauberte meine Leben. Sie holte diesen verrückten Stunt. Lass mich die Hände auf den Schein, der mich entfernt hat. Ihr Name ist Clementine. Hi, da. Ich bin froh, dass ich mich zu helfen konnte. Wir sind sehr dankbar von dir. Wir sind wirklich. Es ist eine Stadt neben dir. Es ist sicher. Ich mag den Geräusch davon. Oh mein Gott. Javi, haben sie kaltes Wasser? Selbst wie Luke Warmwater wäre okay. Ach, und Bubblebath. Würde Bubblebath fantastisch sein? Ich glaube so. Genau, Tripp? Ich glaube, du wirst herausfinden. Ich dachte, du wärst in diesem Ort. Ich habe. Ich habe... ... und dann habe ich nicht viel Zeit, um in meinem Jacuzzi zu relaxen. Du weißt? Du weißt? Es läuft alles viel zu fucking gut. Viel zu fucking gut. Irgendwas wird gleich passieren. Irgendjemand stirbt jetzt. Aber ich glaube, wir sind jetzt auch schon... Du weißt noch nicht. 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 Du weißt noch nicht, was mit deinem Van passiert ist. Aber trotzdem. Ich brauche einen Weg raus. Du weißt noch nicht. Du weißt noch nicht. Du weißt noch nicht. Ich weiß, es ist nicht das einfachste, was zu finden. Aber cool. Danke. Mori! Das war fucking klar. Es war fucking klar, dass sowas passieren würde. Es war alles viel zu gut. Oh mein Gott. Fuck off. Fuck off. No! Der dumme... No! Warum du auch? Lass dir bitte nicht auch noch sterben. Bitte nicht. Stopp! Stopp! Und du folgst nicht auch noch. Nicht alle. Okay. Danke, Buddy. Hobby, hilf! Mach etwas, Hobby! Was denn? Mach etwas! Mach etwas! Geh! Geh! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Wir müssen gehen. Wir müssen hier ein Fenster machen, Mann! Oh Gott! Wir müssen uns aufpassen, bevor sie wieder zu schießen beginnen. Ich werde sie fucking töten! Ich werde alle von ihnen töten! Wir können später dahin gehen. Wir können später die Leute umlegen. Was? Nein! Hobby, du musst mit uns kommen! Hobby, bitte! Ich gehe jetzt mit der Familie und werde später losgehen. Ich muss das jetzt enden. Ich muss mit meiner Familie bleiben. Feuer! Gehe jetzt! Ich fasse ihn ab! Ich denke, geh! Hilfe! Hu! nicht es war so klar es war einfach es lief viel zu gut alles war richtig happy es war klar dass irgendjemand sterben wird ich habe ja damit gerechnet dass unsere freunde sterben würde ich weiß nicht ich hoffe es jetzt nicht aufgeregt jetzt meine stadt schätze ich okay das war schon episode 1 okay die nacht auf dem schrottplatz verbracht haben 52 prozent haben wir auch gemacht aber irgendwas gemacht was weniger gemacht haben 60 prozent sogar hingehen lassen haben wir auch gemacht 95 prozent der leute wurden eingesperrt was waren die was denn die alle fünf prozent gemacht haben sie verraten oder was mit trip zum schrottplatz haben es meistens sogar die hälfte ist krass nur 16 prozent der fucking spieler sind mit ihrer familie gegangen was ist verrückt was ist mit euch ich weiß es kann mit teilen aber okay das ist krass das ist nicht gerechnet so mega komische möglichkeiten gibt wo leute sich so krass entscheiden würden okay es gibt schon zwei vielleicht solltest du das checken bevor du versuchst mir irgendwas aufzudrücken spiel wie gesagt ich habe echt damit gerechnet dass eigentlich kate sterben würde weil wir noch so einen letzten kurs mit ihr hatten dann gesagt haben hey alles ist toll blablabla aber gut es gibt diesmal gar kein trailer für episode 2 gut episode 2 wenn wir nächsten zwei tagen irgendwann machen oder nächsten woche ich weiß nicht genau wann wie wir das machen werden wir sehen wie die erste episode ankommt lasst auf jeden fall einen daumen da rum da wenn ihr wieder bock darauf habt dass wir die fünf epische macht natürlich jeder von spielen aber einfach über ein bisschen wohnsmotivation gut episode 2 okay gut erst die angangs gedauert habe eine stunde ich bin nicht genau sicher wäre ich zu einer stunde würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten mal zu folge 2 wieder die verpflichtende bande heißt